In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du eine Hausübung oder eine Übung aus Tipp 10 als PDF speichern kannst und dann in Teams auch passend abgeben. Ich bin hier in meinem Mathematik-Rocks Demo-Team und sehe nun, ich habe hier eine Hausübung und zwar die Lektion 1 in Tipp 10 zu üben. Ich öffne diese Aufgabe und sehe, ich soll Lektion 1 für 10 Minuten üben, natürlich gerne auch mehrmals und dann mein bestes Ergebnis hier als PDF hochladen. Als erstes wechsle ich nun in den Safari-Browser und bin dort bereits bei Tipp 10 angemeldet. Nachdem ich bereits in Tipp 10 geübt habe, finde ich meine Ergebnisse nun unter dem Menüpunkt Lernstatistik. Hier siehst du, ich habe die Lektion 1 mehrfach geübt und mein bestes Ergebnis soll ich nun hochladen. Das beste Ergebnis erkennst du hier an der Punkteanzahl, das sind in diesem Fall 94 Punkte. Mit einem Klick auf Bericht anzeigen kann ich nun den Ergebnisbericht öffnen und am rechten oberen Rand siehst du nun drei Symbole, einmal um das Ganze als PDF auszugeben, um den Bericht zu drucken oder ihn auf Facebook zu teilen. Zum Speichern als PDF brauchen wir das linke Icon PDF ausgeben. Wenn du darauf klickst, öffnet sich ein neues Browser-Tab und du erhältst deinen Bericht nun als PDF. Um diesen Bericht zu speichern, klickst du nun rechts oben auf das Teilen-Symbol des Browsers. Du erhältst nun verschiedene Möglichkeiten, dieses PDF zu teilen und wenn du hier etwas nach unten scrollst, entdeckst du in Dateien sichern. Darauf klickst du und auf der linken Seite siehst du nun verschiedene Speicherorte, entweder das iCloud Drive, dein iPad oder das OneDrive. Wir wollen diesen Bericht nun lokal speichern, das bedeutet nur auf deinem iPad. Du klickst daher auf auf meinem iPad und siehst, das iPad ist jetzt noch leer. Du kannst dir also nun einen Ordner erstellen und der Ordner bekommt den Namen DGB für digitale Grundbildung. In diesem Ordner DGB erstellst du dir einen Unterordner und diesen nennst du Tipp 10. Mit einem Blick in den oberen Bereich dieses Fensters siehst du, du befindest dich im Ordner Tipp 10. Am unteren Rand dieses Fensters siehst du nun den Dateinamen, Lektion 1, die Buchstaben und wann diese Aufgabe gespeichert wurde. Das ist für mich alles okay und ich klicke daher rechts oben auf sichern und schon ist dieser Bericht nun auf deinem iPad gesichert. Als nächstes wechsle ich nun wieder zu Teams und bin nun bereits in der Aufgabe. In der Aufgabe hast du im Bereich Meine Arbeit das Symbol für Anfügen. Darauf klickst du und dann kannst du auswählen, von wo du gerne deine Aufgabe anfügen möchtest. In diesem Fall ist die Aufgabe ja auf diesem Gerät gespeichert, also klickst du auf von diesem Gerät hochladen und zwar in deinen Dateien. Nun bist du entweder im Verlauf und kannst hier diese Datei bereits auswählen, dass sie die letzte gespeicherte Datei ist oder wenn sie nicht angezeigt wird, klickst du wieder auf auf meinem iPad, Ordner DGB, Ordner Tipp 10 und dort wählst du die Datei, die du gespeichert hast. Du klickst darauf, klickst noch auf Öffnen und schon wird diese Datei in Teams hochgeladen. Das siehst du nun hier im Bereich Meine Arbeit, dass die Datei nun angehängt wurde. Hast du versehentlich die falsche Datei gewählt, klickst du auf die drei Punkte und kannst die Datei auch wieder entfernen. Nach dem Hochladen der Datei ist es noch wichtig, dass du rechts oben auch auf Abgeben klickst, damit deine Aufgabe auch abgegeben wurde. Mit diesem Video solltest du nun jederzeit möglich sein, deine Aufgaben aus Tipp 10 als PDF zu speichern und dann auch in Teams abzugeben. 2. 3. 6. 6. 7. 11.